Hallo und herzlich willkommen zurück bei Occupy Mars. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir schauen mal. Aha. Die Pflanzen welken, das ist Mist. Die Pflanzen sind erntereif. Das klingt schon ganz gut. Es ist heute Nacht, sind die erntereif geworden. So, 100 Prozent. Wie ernte ich sie jetzt? Ja gut, und wenn ich die jetzt habe, dann was mache ich jetzt? Wie ernte ich die jetzt? Ich muss mich mal meine... Okay, da gibt es immer acht, äh, zwei Kartoffeln raus. Das heißt, ich hätte jetzt über nur fünf gebraucht. Aber gut, das wussten wir ja nicht. So. So, jetzt könnten wir noch einmal nachsetzen. Ups. Jetzt werde ich aber mal neugierig. Mein Hunger ist grün, äh, gelb, ja. Konsumieren. Gibt in etwa so viel wie das andere. Vielleicht sogar noch mehr. So. Ich brauche jetzt dieses, äh, dieses, dieses Ding da. Wo ist es denn da? Das finde ich echt praktisch. So. Da könnte man jetzt sagen, mach wieder. Sandsturm kommend aus Süden, das ist weniger gut. Sehr gut. So, jetzt kontrollieren wir Wasser und Strom. Schaut gut aus. Haben wir hier irgendwo vielleicht einen Lagercontainer oder so? Nö. Aha. Also, wir haben jetzt nur noch eine Mission. Diese eine Mission ist leider sehr schnell erledigt. Die heißt nicht nur, geh hier ins Lager. Und zwar in den Schredderbehälter. Such dir das Eisen. Schnappt ihr 200 davon? Okay, von mir aus. Schnapp ich mal 400 davon. Ist auch egal. Geh zu dem Lagercontainer darunter. Und leg die da rein. Trennen sie den Anhänger vom Robo, indem sie den Knopf auf dem Robo-Panel drücken. In der Oder eh in der Third-Person-Ansicht drücken. Ah. Aha. Okay, mach mal. Aber nach dem Sandsturm erst. Leider. Es geht ja noch weiter. Cool. Ich habe befürchtet, jetzt ist es aus. Ja, ich renne schon. Ich renne. Ich bin schon weg vom Sandsturm. So, leider habe ich hier jetzt nicht viel zu tun. Also, mir den Sandsturm anzuschauen. Oh, das ist jetzt nicht wirklich, wirklich spannend. Wasser. Äh, ja, Wasser. Ich nehme Sauerstoff. Ist ja fast dasselbe. So, vielleicht sollten wir es da runterlegen. Essen. Es deckt nur 14. Cool. Aber ich habe nix zum Reparieren. Hm. Das könnte man schön bei Sandsturm machen. Irgendwas reparieren. Ah, da kommt man auch auf dem Tisch. Okay. Okay. Fünf Prozent sind die. So, dann nehmen wir dieses mal dieses Bett. Jetzt ist es neun Uhr. Dann schlafen wir bis sieben Uhr. Hm. Ja, im Sandsturm sind wir halt nicht viel. Wie ist der Sandsturm immer noch? Dehydration detected. Okay. Okay. haben wir immer noch, ne mittlerweile ist es aus, ok, aber es hat wahrscheinlich nicht zu lang gedauert gut, aber sie sind ja noch fast verdorrt, sie wachsen noch Kartoffelsetzlinge sind bei 22 meine armen Kartoffeln, Mann, und wieso ist es mir so kalt das Gute ist, dass der Sauerstoffwert schon höher ist jetzt gut, dann sollten wir jetzt erst einmal zu unserem Fahrzeug gehen wir hatten ja eine neue Aufgabe eh, wieso waren die Türe offen, na gut, dass da drinnen nicht ganz grauslich ist so so, halten sie E gedrückt, wie war das? warte mal mhm aha okay, okay, dann fahren wir jetzt mal drüber okay mhm 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 befestigen sie den behälter, die es anhängen ist das vielleicht die falsche seite hat er vielleicht auf der seite da was zu machen ah ja, hat er könntest du uns bitte nach vorne fahren, danke Mist, das reicht nicht Stücke nach vorne und nochmal so ein Stücke nach hinten nein, 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 ja Gott, dann fahre mal zu und ja, ich habe keinen Führerschein, so einfach ist das und ja, ich habe keinen Führerschein, so einfach ist das zum evakuierungspunkt kommen, ja mach mal. wir sind unterwegs. ich sehe zwar nichts, aber wir kommen. warte mal, wie war das Vogel? ja, damit sehen wir wenigstens was. das ist der evakuierungspunkt. oh mann. ja, zur dampfwunschliste hinzufügen gemeint ist natürlich steam. wiederholung oder hauptmenü. so, ich sage damit mal danke fürs zuschauen. ich bin auf das spiel gespannt. nicht nur auf den prolog, aber das bin ich schon eine weile. also wir sehen uns, wenn das spiel wieder rauskommt in dem let's play. ansonsten sage ich bis zu einem anderen let's play. tschüss.